Hallo, schönen guten Tag. Hier ist die Millionärsmesse in München und Millionäre informieren sich hier über die neuen Trends, die es gibt. Und da bin ich natürlich genau der richtige Ansprechpartner für. Hallo, hallo. Oh, hier. Das ist ja nicht schlecht. Zeig mal ein bisschen was. Nicht hier nur rumsitzen, auch mal ein bisschen zeigen. Was kostet der jetzt hier? 110.000. 110.000? Für so ein paar Flaschen mit dem Kopf drauf? Komm, packst du mir ein. Ich nehm's nachher mit. Ach, läuft bei mir einfach. Hallo, was geht denn über? Ich hab das gerade gekauft. Will ich es noch haben? Ja, nee. Ja, wir können es in der Mitte einmal teilen. Nee, sorry. Ich hab das ganze Teil jetzt hier gekauft. Du kannst jetzt nicht auf meinem Teil hier rumlatschen. Ja, hallo, weil ich gekauft habe. Nein, hier ist nichts mit Spielen. Haben Sie ein Belebnis, dass Sie es gekauft haben? 20.000. Wie viel? 20.000 hab ich gerade gekauft. Nächster Preis? Habe ich gekauft. 21.000. 21.000. Rattenzahlung. Was? Rattenzahlung. Rattenzahlung. Sorry, also das ist so für Millionäre hier, die Messe. Hi. Na? Seid ihr auch Millionäre? Hallo. Hey, hey, hey. Hi. Ich würde sie komplett so nehmen, wie sie jetzt da steht. Mit Strumpfhose, Louis Vuitton-Tasche und dem ganzen Zip und Zapp. Wenn er keine Kohle hätte, würdest du mit ihm nicht rumlaufen, oder? Nein. Russland? Russland? Nein. Polen? Nein. Tschechien? Nein. Ich habe den Katalog vor Augen, nur ich komme jetzt nicht drauf. Was kostet der? 75.000. 75.000? Mehr nicht. Eieieiei, das ist doch mal hier ein Gerät. Was kostet das hier? Etwas über eine Million. Das geht. Was sind das hier gerade für Kollegen, die sich den Wagen angucken? Das sind Ihre Kollegen, sind das. Von welchem Sender seid ihr? München TV. München TV? Hier, komm. Abmarsch. Macht mal Abmarsch. Dann haben wir eine kleine Kamera. Servus. Weil wir drehen hier jetzt gerade nämlich und München TV. Eieieieiei. Herrlich. So, Herr Porro, warum haben Sie eigentlich zwei? Weil ich mir auf zwölf oder fünf oder zwölf. Weil ich es mir leisten kann. Oh, Mensch du. Ich komme mal kurz hoch. Hallo. Dann würde ich sagen, packt mal den Fernseher ein und das Glas und alles halt. Ja? Und die Kaffeemaschine da vorne hätte ich gerne. Hast du für mich auch noch einen Gramm? Na klar. Was brauchst du? Einen Gramm? Einen Gramm. Ich nehme mich. Es tut mir leid. Achso, okay. Sorry, ich dachte, weil du gerade wieder hinten so in der Ecke standest. Nein, ich habe nicht. Achso, ich schnupfe. Natürlich, du. Das kenne ich doch auch. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ich habe die Farbe lila gesehen. Stop smiling. Stop smiling. Stop. Stop. Du bist die Prada. Babette. Achso, ich dachte nur wegen des Namens hier irgendwie. Was möchtest du gerne hören? Äh, ein bisschen romantisch. Romantisch? Ja, natürlich. Ich sage nur Babette. Im Bett mit dir wär's nett. Mein Konto ist fett. Für dich, Babette. Grüß Sie an, schöne Frau. Dankeschön. Es ist wunderbar, bei euch gewesen zu sein.